. Hallo! Ich bin wieder da! Wo ist denn das Häschen? Ist was passiert? Ich muss dir etwas reichen. Ich habe mich aus Versehen auf den Hasen gesetzt. Und jetzt ist er. Wie konnte das denn passieren? Naja, ich wollte wie jedes Wochenende mich auf die Couch setzen und etwas fernsehen. Und dabei habe ich unseren kleinen Freund völlig übersehen. Hast du denn gar nichts gemerkt? Natürlich! Ich bin ja sofort aufgesprungen, um dem Kleinen zu helfen, aber... Ach Gott, wie furchtbar! Ich habe ja auch noch direkt Mund-zu-Mund-Beatmung versucht. Aber er war nicht mehr zur Ratten. Was hast du denn davon, du Drecksvieh? Und was hast du mit dem kleinen Häschenkörper gemacht? Ich habe in ihn einen mit Watte ausgestoppten Schuhkarton gelegt. In den Waldverleihungen. Genau in den wir Bauburgel damals unsere Initialen eingewitzt haben. Weißt du noch? Ja. Da ist der Kleiner doch mittlerweile auch ans Herz gewachsen. Und was ist das da? Das ist ein Glücksbringer. Den habe ich gefehlt. Im Keller. Im Keller. Was ist das? Vielen Dank.